Hi, ich bin Wolf, 38, Planer für Gastro-Küchen, DJ und Konzertveranstalter. Und ich bin Jason, 47, Musiker und Songwriter. Vor ein paar Jahren habe ich eine wunderbare Entdeckung gemacht, mit der Hilfe meiner indischen Freunde. Sie haben für mich traditionelles Dahl gemacht. Dahls sind Linsen, Kichererbsen und Bohnengerichte mit vielen exotischen Gewürzen, aber aufwendig zu kochen. Ja, aber wahnsinnig lecker und sehr nahrhaft. Wegen der Hülsenfrüchte, proteinreich, fettarm, low carb. Sie machen satt und zufrieden, aber nicht müde. Genau, echtes Superfood. Und wir wollten sofort darüber alles lernen und die besten Rezepte finden. Dann haben wir uns überlegt, wie können wir dieses Geschenk weitergeben. Eine Bean Party. Mit unserer Musik und vier großen Töpfen Dahl. Alle waren begeistert, alles aufgegessen. Dann kauften wir einen Food Truck, fuhren auf Musikfestivals, machten Caterings, eröffneten einen Pop-Up-Store, aber bald war uns klar, wir wollen viel mehr Menschen erreichen. Und so machen wir das jetzt. Vier von unseren beliebtesten Rezepten. 100% Bio, keine Zusatzstoffe, perfekt fürs Büro oder leichtes Abendessen und auch zufällig vegan. Wir haben schon eine Reise nach Indien geplant, um Familien zu besuchen und ihre von Generation zu Generation vererbten Rezepte zu lernen. Wir würden die 5000 Euro für ein Kochbuch und eine Doku verwenden. We are the Bean Brothers. We are the Bean Brothers. Wolf und Jason. All you need is beans, beans, beans is all you need.